An der ersten Seitenstraße blieb Idaho stehen und sah nach rechts, wohin der Junge gegangen war. Zwei grauhaarige Frauen in langen, schwarzen Röcken und dunkelgrünen Blusen standen ein paar Schritte von ihm entfernt auf der Straße, steckten die Köpfe zusammen und murmelten miteinander. Als sie Idaho entdeckten, verfielen sie in Schweigen und starrten ihn mit unverholener Neugier an. Er erwiderte ihren Blick. Dann sah er die Seitenstraße hinunter. Sie war leer. Idaho wandte sich den Frauen zu und ging in einem Schritt Entfernung an ihnen vorbei. Sie gluckten noch mehr zusammen. Dann drehten sie sich um und beobachteten ihn. Siona schenkten sie nur einen kurzen Blick. Idaho schien interessanter für sie zu sein. Siona ging schweigend neben ihm her. Auf ihrem Gesicht lag ein undeutbarer Ausdruck. Trauer? fragte Idaho sich. Bedauern. Neugier. Es war schwer zu sagen. Ihn interessierten die Eingänge und Fenster, an denen sie vorbeikamen, weitaus mehr. Sind sie je zuvor in Goi-Goa gewesen? fragte er sie. Nein. Siona sprach mit verhaltener Stimme, als würde sie sich vor einer zu lauten Antwort fürchten. Warum gehe ich durch diese Straße? fragte Idaho sich. Im gleichen Moment, in dem er sich diese Frage stellte, kannte er auch die Antwort. Diese Frau, dieser Irrti. Welche Frau würde es fertig bringen, dass ich mich in Goi-Goa niederlasse? Zu seiner Rechten hob sich der Rand eines Vorhangs und Idaho sah ein Gesicht. Das Gesicht des Jungen vom Dorfplatz. Dann fiel der Vorhang wieder herunter und wurde beiseite gezogen. Hinter dem Fenster stand eine Frau. Idaho starrte ihr sprachlos ins Gesicht und verhielt mitten im Schritt. Sie hatte das Gesicht einer Frau, die es nur in seinen eindringlichsten Träumen gab. Ein sanftes Oval mit durchdringenden dunklen Augen und vollen, sinnlichen Lippen. »Jessica«, flüsterte er. »Was haben Sie gesagt?« fragte sie Jona. Idaho brachte kein Wort heraus. Es war das Gesicht Jessicas, wiedererweckt aus einer Vergangenheit, die, wie er angenommen hatte, unwiderruflich vorbei war. Es war eine Laune der Genetik. Moadibs Mutter in einem neuen Körper. Die Frau schloss den Vorhang, aber die Erinnerung an ihr Gesicht blieb in Idaho's Geist haften. Es war ein Bild, das er nie wieder würde vergessen können. Sie war älter gewesen, als die Jessica die sämtliche Gefahren des Wüstenplaneten mit ihnen geteilt hatte. Sie hatte ein paar Krähenfüße, um Mund und Augen, und ihr Leib war etwas voller. »Sie wirkte mütterlicher«, dachte Idaho. »Und dann habe ich ihr je gesagt, wem sie ähnlich sieht.« Siona zupfte an seinem Ärmel. »Haben Sie den Wunsch, hineinzugehen und sie kennenzulernen?« »Nein, es war ein Fehler.« Idaho machte Anstalten, den gleichen Weg zurückzugehen, den sie gekommen waren, aber nun wurde die Tür von Irtis Haus aufgestoßen. Ein junger Mann erschien auf der Schwelle. Er zog die Tür hinter sich ins Schloss und wandte sich Idaho zu. Idaho schätzte das Alter des Jungen auf 16. Es hatte keinen Zweck, die Vaterschaft abzustreiten. Er hatte das karakulfarbene Haar und die ausdrucksvollen Züge seines eigenen Ichs. »Sie sind der Neue«, sagte der junge Mann. Seine Stimme war fast schon die eines Erwachsenen. »Ja«, es fiel Idaho nicht leicht, ihm zu antworten. »Warum sind Sie gekommen?«, fragte der Junge. »Es war nicht meine Idee«, antwortete Idaho. »Aidaho«, diese Antwort fiel ihm leichter, denn sie drückte seine Vorbehalte gegen Siona aus. Der junge Mann sah Siona an. »Wir haben gehört, dass mein Vater tot ist«, Siona nickte. Der Junge wandte sich wieder Idaho zu. »Bitte gehen Sie und kommen Sie nie wieder zurück. Sie verursachen meiner Mutter Schmerzen.« »Natürlich«, sagte Idaho. »Bitten Sie, die Lady Irti, in meinem Namen für diese Aufdringlichkeit um Verzeihung. Ich wurde gegen meinen Willen hierhergebracht.« »Von wem?« »Von den Fischrednern«, sagte Idaho. Der Junge nickte, seine Locken bewegten sich. Noch einmal sah er Siona an. »Ich habe bisher angenommen, dass man die Fischredner gelehrt hat, die Iren ein bisschen freundlicher zu behandeln.« Mit diesen Worten wandte er sich um, kehrte ins Haus zurück und schloss mit steifen Bewegungen die Tür. Idaho drehte sich um und fasste Sionas Arm, als er den Weg einschlug, den sie gekommen waren. Sie stolperte, dann nahm sie seinen Schritt auf und schüttelte seine Hand ab. »Er hat mich für jemanden von den Fischrednern gehalten«, sagte sie. »Natürlich, sie sehen auch so aus«, er musterte sie. »Warum haben sie mir nicht gesagt, dass Irti auch dazu gehört?« »Es schien mir nicht wichtig zu sein.« »Oh«, »so haben sie sich kennengelernt.« Sie kamen wieder an die Kreuzung, die auf den Platz zuführte. Idaho nahm jedoch die Gegenrichtung und marschierte entschlossen auf jenes Ende zu, wo das Dorf in die Gärten und Pflanzungen überging. Er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, unter einem Schock zu stehen. Sein Bewusstsein hatte zu viel erlitten, als dass er sofort wieder auf die Beine hätte kommen können. Eine niedrige Mauer versperrte ihren Weg. Er stieg darüber hinweg und hörte, dass Siona ihm folgte. Die Bäume ringsum standen in voller Blüte, und er sah weiße Blumen mit orangefarbenen Staubgefäßen, in denen dunkelbraune Insekten bei der Arbeit waren. Die Luft war voller Insekten, Gesummen und Blütenduft und erinnerte ihn an die Dschungelblumen von Kaladan. Als er einen Hügelrücken erreichte, der es ihm erlaubte, sich umzudrehen und einen Blick auf die rechtwinklige Ordentlichkeit Goigoas zu werfen, hielt er an. Die Dächer waren flach und schwarz. Siona nahm auf dem dichten Grasteppich der Hügelkuppe Platz und schlang die Arme um ihre Knie. »Das haben Sie wohl nicht beabsichtigt, was?« fragte Eiderho. Sie schüttelte den Kopf und er sah, dass sie den Tränen nahe war. »Warum hassen Sie ihn so sehr?« fragte er. »Weil wir kein eigenes Leben führen dürfen.« Eiderho sah auf das Dorf hinunter. »Gibt es viele Dörfer wie dieses?« »Das gesamte Imperium des Wurms sieht so aus.« »Und was ist falsch daran?« »Nichts. Wenn das alles ist, was man haben will?« »Sie sagen, dass er mehr nicht zulässt?« »Dies und ein paar Marktstädte. On. Ich hab gehört, dass sogar die Hauptstädte anderer Planeten nichts anderes sind als große Dörfer.« »Ich frage noch einmal.« »Was ist falsch daran?« »Es ist ein Gefängnis.« »Dann verlassen Sie es.« »Wohin? Wie? Glauben Sie, wir könnten einfach ein Gildenschiff schartern und woanders hingehen? Dass wir dorthin gehen könnten, wo wir wollen?« Sie zeigte auf Goi-Goa hinab, an dessen Rand man den Top da und die Fischredner erkennen konnte, die in seiner Nähe im Gras saßen. »Die Gefängniswärter würden uns gar nicht erst gehen lassen.« »Aber sie gehen«, sagte Eiderho. »Sie gehen überall hin, wo sie hinwollen.« »Sie gehen überall hin, wo sie der Wurm hinschickt.« Siona drückte das Gesicht gegen ihre Knie und sagte mit gedämpfter Stimme, »Wie war es in den alten Zeiten?« Es war anders als heute und oftmals sehr gefährlich. Er sah sich um und musterte die Mauern, die das fruchtbare Land der Gärten und Pflanzungen umgaben. Hier auf Dionen gab es nicht einmal imaginäre Grenzen, die anzeigten, wem welcher Landstrich gehörte. Alles gehörte dem Herzogtum der Atreides. Ausgenommen die Främen. Ja, aber sie wussten, wo sie hingehörten. Auf diese Seite einer bestimmten Böschung oder die dahinterliegende, wo die Schale sich weiß vom Sand abhebt. Sie konnten gehen, wohin sie wollten. Auch sie hatten ihre Grenzen. »Manche von uns sehnen sich nach der Wüste«, sagte sie Jona. »Ihr habt diese Reha.« Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Das Fleckchen Sand?« »Es ist fünfzehnhundert Kilometer lang und fünfhundert breit.« »So klein ist das nun auch wieder nicht.« Siona stand auf. »Haben Sie den Wurm schon einmal gefragt, warum er uns dermaßen gefangen hält?« »Letusfrieden«, der goldene Pfad, um unser Überleben zu sichern. »Das ist es, was er sagt.« »Wissen Sie, was er meinem Vater erzählt hat?« »Als ich noch ein Kind war, habe ich sie belauscht.« »Ich habe es gehört.« »Was hat er gesagt?« Er sagte, er würde uns die größten Krisen deswegen ersparen, damit unsere Stärke in Grenzen bleibt. Er sagte, man kann ein Volk durch Leiden starken und sein Leid bin jetzt ich. »Götter können eine Plage werden.« Das waren seine Worte Dankern. »Der Wurm ist eine Plage.« Eiderhoh zweifelte die Akkuratesse ihrer Erinnerung nicht an, aber dennoch vermochten die Worte ihn nicht zu bewegen. Stattdessen dachte er an den Corino, den man ihm zu töten befohlen hatte. Leiden. Der Corino, ein Nachfahre jener Familie, die dieses Imperium einst reagiert hatte, war ein weicher, fetter Mann mittleren Alters gewesen, der nach Macht hungerte und Verschwörungen anzettelte, um in den Besitz von Melange zu kommen. Eiderhoh hatte einer Fischrednerin befohlen, ihn zu töten. Diese Vorgehensweise schien Moneo erbost zu haben, denn er hatte ihn daraufhin eindringlich eines Verhörs unterzogen. »Warum haben Sie ihn nicht selbst umgebracht?« »Ich wollte einmal sehen, wie die Fischredner vorgehen.« »Und wie beurteilen Sie Ihre Vorgehensweise?« »Sie ist effizient.« Aber der Tod des Corino hatte Eiderhoh ein Gefühl der Unwirklichkeit auferlegt. Ein fetter, kleiner Mann, der in einer Lache seines eigenen Blutes lag. Ein Schatten unter vielen, die die Nacht ausmachten. Es war unwirklich. Eiderhoh fiel dazu in Spruchmoordiebs ein. Das Bewusstsein schafft den Rahmen für das, was es Realität nennt. Dieser willkürliche Rahmen neigt dazu, sich von dem, was unsere Sinne sehen, zu verselbstständigen. Welche Realität steuerte Leto. Eiderhoh saß Iona an. Hinter ihr erhoben sich die Garten und grünen Hügel von Goi-Goa. »Wir sollten ins Dorf hinuntergehen und unsere Unterkünfte aufsuchen. Ich möchte allein sein.« »Die Fischredner werden uns die gleiche Unterkunft zuweisen.« »Wir werden mit ihnen zusammen wohnen?« »Nein, nur wir beide. Der Grund dafür ist einfach. Der Wurm möchte mich mit dem großen Danken Eiderhoh kreuzen.« »Ich suche mir meine Partnerinnen selbst aus,« grollte Eiderhoh. »Ich bin sicher, ihre entzückenden Fischredner würden sich geehrt fühlen,« sagte Siona, wirbelte herum und lief den Hügel hinab. Eiderhoh sah ihr einen Moment lang nach. Ihr junger, geschmeidiger Körper bewegte sich wie der Zweig eines Obstbaums im Wind. »Ich bin nicht sein Zuchtbulle,« murmelte er. »Das ist etwas, das er noch wird lernen müssen.« Mit jedem vergehenden Tag entfremdet man sich von dem, den man hinter sich hat und nimmt in zunehmendem Maße Abstand von seiner eigenen Vergangenheit. Ich bin die einzige Realität. Und wenn ihr euch von mir unterscheidet, werdet ihr sie verlieren. Je neugieriger ich werde, desto weniger neugierig sind die, die mich anbeten. Religionen unterdrücken die Neugier. Was ich tue, wird den Anbetern genommen. Also werde ich letztendlich gar nichts mehr tun und alles jenen verängstigten Menschen zurückgeben, die am gleichen Tag feststellen werden, dass sie von nun an allein und gezwungen sind, für sich selbst zu handeln. Die gestohlenen Journale Es gab keinen Vergleich für dieses Geräusch, das der wartende Mob erzeugte, und er drang durch den langen Tunnel, auf den die Wachen mit Eiderhohr an der Spitze vor den kaiserlichen Wagen zumarschierten. Das aufgeregte Flüstern wurde zu einem unüberbietbaren Chor. Das Füßescharren schien von einem Riesen zu stammen. Die Menge bewegte sich, als sei sie aus einem Guss. Und dann der Geruch süßlicher Schweiß, vermischt mit den milchigen Ausdünstungen sexueller Erregung. Inmir und die restlichen Angehörigen der Fischredner-Eskorte hatten Eiderhohr eine Stunde nach Sonnenaufgang zurückgebracht und waren auf dem noch in kaltgrünen Schatten ruhenden Hauptplatz von Onn gelandet. Nachdem sie ihnen ihren Kollegen übergeben hatten, waren sie auf der Stelle wieder gestartet. Inmir schien darüber nicht sonderlich glücklich gewesen zu sein, denn man hatte ihr befohlen, Siona in der Zitadelle abzuliefern. Was bedeutete, dass sie am Sianok-Ritual nicht würde teilnehmen können. Die neue Eskorte hatte ihn, vor Diensteifer förmlich vibrierend, in eine tief unterhalb des Platzes gelegene Region gebracht, die, wie Eiderhohr wusste, auf keiner der Karten verzeichnet war, die er kannte. Es war ein Labyrinth, das erst in eine Richtung und dann in eine andere führte, wobei es durch Korridore ging, die breit und hoch genug waren, um selbst dem kaiserlichen Wagendurchgang zu gewähren. Eiderhoh wusste schließlich überhaupt nicht mehr, wo er war und konzentrierte seine Gedanken auf die vergangene Nacht. Ihre Schlafunterkünfte in Goi-Goa waren zwar spartanisch und klein gewesen, aber dennoch bequem. Zwei Kojen in jedem Raum. Die Zimmer selbst, weiß gekalkt und mit je einem Fenster und einer Tür versehen. Sie lagen an einem Korridor in einem Gebäude, das die Bewohner von Goi-Goa als ihr Gästehaus bezeichneten. Und Siona hatte recht gehabt. Ohne ihn zu fragen, ob es ihm überhaupt passte, hatte man ihn mit ihr zusammen untergebracht. Und In-Mir hatte sich verhalten, als handele es sich um eine verabredete Sache. Als die Tür sich hinter ihn schloss, sagte Siona, »Wenn Sie mich anrühren, werde ich versuchen, Sie umzubringen.« Sie machte diese Äußerung mit einer solchen Ernsthaftigkeit, dass Eiderhoe beinah lachen musste. »Ich wäre auch lieber allein«, sagte er. »Tun Sie so, als wäre ich nicht vorhanden.« Er hatte ziemlich unruhig geschlafen und an die gefährlichen Nächte gedacht, die er in den Diensten der Atreides verbracht hatte. Stets hatte man kampfbereit sein müssen. Das Zimmer war nur selten wirklich dunkel, das Mondlicht drang durch die Fenstervorhänge und sogar die kalkweißen Wände warfen das Sternlicht zurück. Er hatte festgestellt, dass er auf Sionas Gegenwart mit einer bösen Empfindlichkeit reagierte, auf ihren Geruch, ihre Bewegungen und ihr Atmen. Mehrmals war er hellwach gewesen und hatte ihr gelauscht und zweimal war er sich dabei absolut sicher gewesen, dass sie das Gleiche tat. Der Morgen und der Flug nach On hatten ihn wie eine Erleichterung überkommen. Sie hatten ihr Frühstück mit einem kalten Orangengetränk abgeschlossen und Eiderhofer glücklich gewesen, den Weg zum Topter in der noch dunklen Morgenstunde zurücklegen zu können. Er hatte das Wort nicht direkt an Siona gerichtet und stellte fest, dass er auf die neugierigen Blicke der Fischredner mit Verärgerung reagierte. Siona hatte ihn nur ein einziges Mal angesprochen und sich dabei aus dem Topter gelehnt, als er ihn auf dem Platz verlassen hatte. Es würde mir nicht missfallen, mit ihnen befreundet zu sein, sagte sie. Welch komische Art, einem so etwas einzugestehen. Eiderhofer hatte sich leicht verwirrt gefühlt. Ja, gut, gewiss. Dann hatte die neue Escorti ihn weggebracht und schließlich in eine Halle geführt, die inmitten des Labyrinths lag. Dort erwartete Leto ihn auf seinem kaiserlichen Wagen. Der Sammelplatz war eine geräumige Stelle in einem Korridor, der sich zu seiner Rechten in der Unendlichkeit verlor. Die Wände waren dunkelbraun und von goldenen Linien durchzogen, die im gelben Licht der Leuchtgloben funkelten. Die Escorte nahm Aufstellung hinter dem Wagen, bewegte sich zielbewusst und ließ Eiderhofer einfach stehen. Er sah genau in Letos faltenumsäumtes Gesicht. »Danke. Du wirst vor mir hergehen, wenn das Jainok-Ritual stattfindet«, sagte Leto. Eiderhofer starrte in die dunkelbraunen Brunnen, die die Augen des Gottkaisers waren, und ärgerte sich über die Geheimnistuerei und offen ersichtliche Ausstrahlung privater Aufregung, die diesen Ort umgab. Er hatte das Gefühl, dass alles, was man ihm über das Jainok-Ritual erzählt hatte, dessen Rätselhaftigkeit nur noch vertiefte. »Bin ich wirklich der Kommandant deiner Garde, Herr?« fragte Eiderho, ohne seinen Verdruss zu verbergen. »Das bist du. Und nun wird dir eine besondere Ehre zuteil, denn es gibt nur wenige Männer, die dem Jainok beibohnen dürfen.« »Was ist in der vergangenen Nacht in der Stadt vorgefallen?« »An einigen Stellen kam es zu blutigen Krawallen. Heute Morgen ist es allerdings ziemlich ruhig.« »Hat es Opfer gegeben?« »Nichts, was der Erwähnung wert wäre.« Eiderho nickte. Letos hellseherische Fähigkeiten hatten ihn auf Gefahren aufmerksam gemacht, die seinem Danken drohten. Deswegen also hatte man ihn in die ländliche Abgeschiedenheit von Goi-Goa ausgeflogen. »Du bist in Goi-Goa gewesen,« sagte Leto. »Hatt es dich nicht gereizt, dort zu bleiben?« »Nein.« »Du brauchst nicht wütend auf mich zu sein,« sagte Leto. »Ich habe dich nicht dorthin geschickt.« Eiderho seufzte. »Worin bestand die Gefahr, die es erforderlich machte, mich wegzubringen?« »Sie galt nicht dir,« sagte Leto. »Aber du verstehst es, meine Wachen zu äußersten Leistungen zu animieren. Und die Aktivitäten der vergangenen Nacht verlangten nicht danach.« »Au?« Dieser Gedanke schockierte Eiderho. Er hatte sich niemals in dem Licht gesehen, jemand zu sein, der bestimmte Arten von Heldentaten verlangte. Es sei denn, sie waren unumgänglich. Man gab den Truppen einfach ein Beispiel. Führernaturen wie der originale Leto, der Großvater des Gottkaisers, hatten die Leute mit dieser Vorgehensweise inspiriert. »Du stellst einen unschätzbaren Wert für mich dar, danken,« sagte Leto. »Ja, gut, aber deswegen bin ich nicht dein Zuchtbulle. Deine Wünsche werden natürlich geachtet. Wir werden es zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren.« Eiderho warf einen Blick auf die Eskorte der Fischredner. Die Frauen waren ohne Ausnahme wachsam und hatten gute Augen. »Kommt es immer zu Krawallen, wenn du nach Onn kommst?« fragte Eiderho. »Sie kommen in Zyklen. Die Aufrührer haben wir allerdings jetzt in der Gewalt. Jetzt wird es eine Zeit lang friedlicher sein. Eiderho musterte erneut Letos unergründliches Gesicht. Was ist mit meinem Vorgänger passiert? Haben meine Fischredner dir das nicht erzählt? Sie sagen, er sei bei der Verteidigung seines Gottes gefallen. Und du hast natürlich ein Gerücht gehört, welches das Gegenteil behauptet. Was ist passiert? Er starb, weil er mir zu nah war. Ich habe ihn nicht an einen anderen Ort gebracht, als die Zeit es verlangte. An einen Ort wie Goi-Goa. Ich hätte es bevorzugt, wenn er seine Tage in Frieden hier hätte beschließen können. Aber du weißt sehr gut, Duncan, dass du keiner von denen bist, die es nach Frieden verlangt. Eiderho schluckte und stellte fest, dass er einen Klumpen in der Kehle hatte. Trotzdem würde ich gerne Einzelheiten über seinen Tod wissen. Er hat eine Familie. Du wirst die Einzelheiten erfahren und brauchst dir, um seine Familie keine Sorgen zu machen. Sie steht unter meinem Schutz. Ich werde sie in sichere Entfernung halten. Du weißt, dass ich Gewalt förmlich anziehe. Das ist eine meiner Funktionen. Es ist ein Unglück, dass jene, die ich liebe und verehre, deswegen leiden müssen. Eiderho schürzte die Lippen. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hörte. Denk ein bisschen genauer nach, Duncan, sagte Ledo. Dein Vorgänger starb, weil er mir zu nahe stand. Die Fischredner-Eskorte bewegte sich unruhig. Eiderho warf den Frauen einen Blick zu, dann schaute er nach rechts in den Tunnel hinein. Ja, es ist an der Zeit, sagte Leto. Wir dürfen die Frauen nicht länger warten lassen. Geh unmittelbar vor mir her, danken, dann werde ich dir alle Fragen über das Jeinok beantworten. Gehorsam, denn eine andere Alternative gab es momentan nicht, drehte Eiderho sich auf dem Absatz herum und führte die Prozession an. Hinter ihm erklangen das Knarren des sich in Bewegung setzenden Wagens und das Geräusch leiser Schritte. Die Eskorte schloss auf. Mit einer plötzlichen Abruptheit, die sofort Eiderhoes Aufmerksamkeit auf sich zog, verstummten die Geräusche von Letos Gefährt. Der Grund dafür wurde ihm auf der Stelle klar. Die Suspensoren tragen ihn, murmelte er und konzentrierte sich wieder auf den vor ihm liegenden Weg. Ich habe die Räder eingezogen, weil die Frauen sich von allen Seiten herandrängen werden, sagte Leto. Ich kann ihnen ja schließlich nicht die Füße zerquetschen. Was ist dieses Jeinok? Um was geht es dabei? fragte Eiderhoes Ich sagte es schon. Es ist das große Einssein. Rieche ich Gewürz? Du hast eine empfindliche Nase. Die Oblaten enthalten eine geringe Menge an Gewürz. Eiderhoes schüttelte den Kopf. Um zu einem größeren Verständnis dieses Ereignisses zu gelangen, hatte Eiderhoes Leto bei der erstmöglichen Gelegenheit nach seiner Ankunft in Onn gefragt, Worum geht es bei diesem Sjajnok Fest? Wir teilen eine Oblate, das ist alles. Sogar ich nehme daran teil. Ist es so etwas ähnliches wie das orange katholische Ritual? Oh nein, es ist nicht mein Fleisch. Es geht um das Teilen. Sie werden daran erinnert, dass sie nur weiblich sind, so wie du nur männlich bist. Ich hingegen bin alles. Und das teilen sie mit mir. Der Tonfall hatte Eiderho nicht behakt. Nur männlich? Weißt du, wen sie während des Festes verspotten danken? Wen? Die Männer, die sie beleidigt haben. Hör ihnen zu, wenn sie sich leise miteinander unterhalten. Eiderho hatte dies als Warnung angesehen. Beleidige die Fischredner nicht. Zieh ihren Zorn nicht auf dich. Er kann tödlich sein. Und jetzt, als er vor Leto in den Tunnel hinein marschierte, hatte er den Eindruck, dass er die Worte zwar korrekt verstanden, aber nichts aus ihnen gelernt hatte. Über die Schulter hinweg sagte er, ich verstehe dieses Eins Sein nicht. Während des Rituals sind wir vereint. Du wirst es sehen. Du wirst es fühlen. Meine Fischredner sind die Bewahrer eines speziellen Wissens und einer ununterbrochenen Linie, die nur ihnen zu eigen ist. Du wirst diesmal deinen Anteil daran haben. Und deswegen werden sie dich lieben. Hör ihnen sorgfältig zu. Sie sind Verschwägerungs Gedanken gegenüber aufgeschlossen. Die zärtlichen Worte, mit denen sie einander begegnen, kennen keine Grenzen. Und wieder Worte, dachte Idaho, die alles noch rätselhafter machen. Er nahm wahr, der Tunnel allmählich geräumiger wurde. Seine Decke wurde schrittweise höher. Es waren auch mehr Leuchtgloben hier, die in ein tiefes Orange geschaltet waren. In einer Entfernung von etwa 300 Metern sah Idaho den hohen Bogen einer Öffnung und er erkannte ein sattes rotes Licht, in dessen Umkreis er gerötete Gesichter wahrnahm, die sich sanft nach rechts und links bewegten. Die zu den Gesichtern gehörenden Körper erschienen ihm wie eine Mauer aus dunklen Kleidern. Man konnte die Aufregung der Versammelten förmlich riechen. Als er sich den wartenden Frauen näherte, sah Idaho, dass sie so weit zurückgetreten waren, um einen Durchgang freizulassen. Er endete an einer sanft ansteigenden Rampe, die rechts von zu gebogene Decke. Eine gewaltige Kuppel, die von rot leuchtenden Leuchtgloben erhellt wurde. Geh rechts die Rampe hinauf, sagte Leto. Bleib genau hinter dem Mittelpunkt der Erhebung stehen und wende den Frauen das Gesicht zu. Um seine Zustimmung zu signalisieren, hob Idaho die rechte Hand. Er ging nun in den freien Raum hinein. Die Dimensionen des von zahllosen Zuschauern umsäumten Platzes flößten ihm Ehrfurcht ein. Als er die Erhebung bestieg, versuchte er die Abmessungen der riesigen Halle zu schätzen und kam zu dem Ergebnis, dass ihre Seitenlänge wenigstens 1100 Meter betrug. Es war ein Quadrat mit abgerundeten Ecken und vollgestopft mit Frauen. Idaho rief sich in Erinnerung, dass er lediglich die Delegierten der überall verstreuten Fischredner Sie standen da und ihre Leiber drängten sich dermaßen eng aneinander, dass er bezweifelte, ob auch nur eine von ihnen umfallen konnte. Sie hatten nur einen Raum von etwa 50 Metern Breite vor der Erhebung freigelassen, auf der er nun anhielt und sich umsah. Die Gesichter schauten zu ihm auf. Es waren unglaublich viele. Leto hielt seinen Wagen genau hinter Eideho an und hob seinen silberhäutigen Arm. Sofort erfüllten brüllende Sjainok, Sjainok, schreie die große Halle. Die Schreie machten Eideho fast taub. Gewiss kann man sie in der ganzen Stadt hören, dachte er. Es sei denn, wir sind zu tief unter der Erde. Meine Bräute, sagte Leto. Ich heiße euch willkommen zum Sjainok. Eideho sah zu ihm auf. Die dunklen Augen des Gottkaisers leuchteten und nahmen einen glänzenden Ausdruck an. Er hatte einmal gesagt die verfluchte Heiligkeit. Aber nun sonnte er sich in ihr. Ob Moneo je an einer solchen Versammlung teilgenommen hat? fragte Eideho sich. Es war ein komischer Gedanke, aber er wusste, was ihn hervorgerufen hatte. Es musste noch einen anderen Sterblichen geben, mit dem man darüber reden konnte. Die Eskorte hatte davon gesprochen, dass Moneo mit regierungsamtlichen Dingen beschäftigt sei, über deren Natur sie nicht wusste. Als er das gehört hatte, war Eideho irgendwie aufgegangen, dass Letos Herrschaft noch ein anderes Element enthielt. Die Verbindungen seiner Macht reichten direkt bis in die Bevölkerung hinein, überschnitten sich aber nur selten. Das erforderte vieles, einschließlich vertrauenswürdiger Personen, die Verpflichtungen auf sich nahmen und Aufträge ausführten, ohne jeden Befehl zu hinterfragen. Nur wenige sehen es, wenn der Gott Kaiser Dinge tut, die jemandem zum Nachteil gereichen, hatte Siona gesagt. Ist es typisch für die Atreides, die sie kannten? Eideho schaute über die versammelten Fischredner hinweg, als ihm dieser Gedanke kam. Die Verehrung, die aus ihren Augen sprach, diese Ehrfurcht, wie hatte Leto sie erzeugt. Warum? Meine Geliebten, sagte Leto. Seine Stimme dröhnte über die erhobenen Gesichter hinweg und wurde von komplizierten exianischen Verstärkern, die im Innern seines kaiserlichen Wagens verborgen waren, bis in den letzten Winkel getragen. Der berauschte Ausdruck auf den Gesichtern der Frauen erfüllte Eideho mit der Erinnerung an Letos Warnung. Ziehe ihren Zaum nicht auf dich. Er kann tödlich sein. An diesem Ort fiel es ihm nicht schwer, diese Warnung ernst zu nehmen. Ein Wort Letos würde genügen, dann würden die Frauen jeden, der sie schmähte, in Stücke reißen. Sie würden keine Fragen stellen, sondern handeln. Eideho begann ihren Wert als Armee zu schätzen. Eine ihnen persönlich drohende Gefahr würde sie nicht aufhalten. Sie dienten Gott. Der kaiserliche Wagen knarrte leise, als Leto die Frontsegmente seines Leibes aufrichtete und den Kopf hob. Ihr seid die Bewahrer des Glaubens, sagte er. Und mit einer Stimme erwiderten sie, Herr, wir gehorchen. In mir werdet ihr ewig leben, sagte Leto. Wir sind das Unendliche, war ihre Antwort. Ich liebe euch wie nichts und niemand denn sonst, sagte Leto. Liebe, schrien die Frauen. Eiderho fröstelte. Ich schenke euch meinen geliebten danken, sagte Leto. Liebe, schrien die Frauen. Eiderho stellte fest, dass er am ganzen Körper zitterte. In ihm verdichtete sich der Eindruck, dass er unter dem Gewicht dieses überschwänglichen Lobs zusammenbrechen konnte. Er wollte wegrennen, aber andererseits hatte er auch den Wunsch, hier zu bleiben und die Zeremonie mitzumachen. In diesem Raum war die Macht. Die Macht. Etwas leiser sagte Leto, wach ab, Lösung. Die Frauen neigten den Kopf. Es war eine einzige Bewegung, ohne ein Zögern. Zu Eiderhoes Rechten erschien eine Reihe von Frauen in weißen Gewändern. Sie begaben sich in den vor der Erhebung befindlichen freien Raum und Eiderhoe stellte fest, dass einige von ihnen Säuglinge und Kleinkinder trugen. Keins davon war älter als ein oder zwei Jahre. Aufgrund der knapp gefassten Informationen, mit denen man ihn bereits versorgt hatte, erkannte Eiderhoe in diesen Frauen jene, die nun aus dem aktiven Fischrednerdienst ausschieden. Einige von ihnen würden Priesterinnen werden, andere würden ihre Zeit als Mütter verbringen. Aber natürlich würde keine den Diensten Letos völlig entsagen. Als er auf die Kinder hinab sah, dachte Eiderhoe, wie sehr die Erinnerungen an diese Zeremonie die Kinder männlichen Geschlechts doch beeindrucken mussten. Sie würden das Mysterium dieser Erfahrung ihr ganzes Leben lang mit sich herum tragen. Es würde zu einer Erinnerung werden, die sie zwar nicht mit voller Gänze würden bewahren können, die aber dennoch stets präsent war. Wie ein Schatten aus der Vergangenheit. Die letzte der Neuankömmlinge blieb unterhalb von Leto stehen und sah zu ihm auf. Auch die anderen in der Halle versammelten Frauen hoben nun den Kopf und konzentrierten sich auf ihn. Eiderho schaute nach rechts und nach links. Die weiß gekleideten Frauen füllten den Raum unterhalb der Erhebung nun in einem Umkreis von fast 500 Metern. Einige von ihnen hoben Leto ihre Kinder entgegen. Die Ehrfurcht und Unterwürfigkeit, die sie zeigten, hatte etwas Absolutes. Wenn Leto es ihnen befahl, spürte Eiderho, würden diese Frauen ihre Säuglinge zu seinen Füßen umbringen. Sie würden alles tun. Leto beugte sich auf seinem Wagen vor. Die Bewegung erzeugte ein leises Knarren. Er blickte gutmütig auf sie herab und seine Stimme wurde äußerst zärtlich. Ihr erhaltet nun die Belohnung, die ihr euch mit eurem Glauben und eurer Arbeit verdient habt. Sagt, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Die ganze Halle erzitterte unter der kollektiven Wiederholung seiner Worte. Es wird euch gegeben werden. Was mein ist, ist auch dein, sagte Leto. Was mein ist, ist auch dein, riefen die Frauen. Teilt nun mit mir, sagte Leto, das stille Gebet meiner Fürbittschaft in allen Dingen, dass die Menschheit immer bestehen wird. Die Köpfe der Anwesenden neigten sich wie auf ein Kommando. Die weißgekleideten Frauen drückten ihre Kinder eng an sich und schauten auf sie herab. Eiderho spürte das schweigende Einssein. Es war eine Kraft, die in ihn einzudringen und ihn zu übernehmen versuchte. Er öffnete den Mund und atmete tief ein. Er musste gegen etwas ankämpfen, das ihm wie eine körperliche Invasion erschien. Sein Geist suchte panisch nach etwas, woran er sich festhalten und von den anderen abschirmen konnte. Diese Frauen waren eine Armee, deren Maß an Kraft und Einheit er nicht erwartet hatte. Er wusste, dass er ihre Starke nicht verstand. Er konnte sie lediglich beobachten und zur Kenntnis nehmen, dass sie existierte. Und Leto hatte sie erschaffen. Er erinnerte sich an ein Zusammentreffen mit Leto, bei dem der Gott Kaiser geäußert hatte, Loyalität in einer Männerarmee bezieht sich eher auf die Truppe selbst als auf die Zivilisation, die sie unterhält. Loyalität in einer Frauenarmee bezieht sich stets auf ihren Führer. Eiderho starrte den sichtbaren Beweis dieser kaiserlichen Schöpfung an, erkannte die eindringliche Wahrheit seiner Worte und fürchtete sich davor. Er bietet mir an, Anteil zu nehmen, dachte er. Die Antwort, die er Leto gegeben hatte, kam ihm jetzt plötzlich kindisch vor. Ich sehe keine Vernunft darin, hatte er gesagt. Die meisten Menschen sind keine Geschöpfe der Vernunft. Keine Armee, ob weiblich oder männlich, kann einen Frieden garantieren. Dein Imperium ist nicht friedfertig, nur nur haben meine Fischredner dich über unsere Geschichte informiert. Ja, aber ich bin darüber hinaus noch durch deine Stadt gegangen und habe mir dein Volk angesehen und dein Volk ist aggressiv. Verstehst du nun, Duncan, der Friede ermutigt zur Aggression. Und du sagst, dass dein goldener Pfad er ist kein Frieden im Sinne des Wortes. Es ist ein Dahindämmern, ein fruchtbarer Nährboden für das Wachstum starrer Klassen und vieler andere Formen der Aggression. Du sprichst in Rätseln. Ich spreche in gespeicherten Beobachtungen, die mir sagen, dass die friedliche Haltung die Haltung der Geschlagenen ist. Die Haltung des Opfers. Opfer fordern Aggressionen geradezu heraus. Das verdammte von dir erzwungene Dahindämmern. Wozu soll es gut sein? Wenn man keinen Feind hat, muss man einen erfinden. Militärs, denen man keinen äußeren Feind zugesteht, wenden sich gegen das eigene Volk. Welches Spiel spielst du? Ich modifiziere das menschliche Verlangen nach einem Krieg. Die Menschen wollen keinen Krieg. Sie wollen Chaos. Und der Krieg ist nun einmal die am leichtesten erzeugbare Form des Chaos. Ich glaube nichts davon. Du spielst irgendein gefährliches Spiel, das du selbst erfunden hast. Ein sehr gefährliches. Ich spreche uralte Formen des menschlichen Verhaltens an und leite es in eine andere Richtung. Die Gefahr besteht darin, dass ich den menschlichen Überlebenswillen unterdrücken könnte. Aber ich versichere dir, dass mein Ich vergeude Energien an einem Ort und richte sie dann auf eine andere Stelle. Auch was man nicht völlig kontrollieren kann, macht man sich nutzbar. Und was hält eine Frauenarmee davon ab, die Macht zu übernehmen? Dass ich ihr Führer bin. Und als Idaho die in der riesigen Halle versammelten Frauen musterte, musste er zugeben, dass Letos Führerschaft unbestritten war. Ebenso stellte er Der Reiz, den dieses Wissen auf ihn ausübte, lähmte ihn beinahe. Er konnte alles von ihnen haben. Alles. Die Kraft, die sich im Innern der großen Halle ausbreitete, war explosiv. Als ihm dies klar wurde, fühlte er sich gezwungen, Letos früher geäußerte Worte noch tiefer in Augenschein zu nehmen. Leto hatte etwas über explosive Gewalt gesagt. Und als Idaho die Frauen während ihres stummen Gebets ansah, erinnerte er sich an das, was Leto gesagt hatte. Männer sind für Klassenstandpunkte empfänglich. Eine hierarchisch aufgebaute Gesellschaft lädt geradezu zu Gewaltakten ein. Sie bricht nicht zusammen, sie explodiert. Und Frauen tun dies nie? Nur wenn sie von Männern unterdrückt oder in ein männliches Rollenverhalten gezwungen werden. Die Geschlechter können doch nicht dermaßen voneinander verschieden sein. Das sind sie aber. Frauen verhalten sich ihrem Geschlecht gemäß. Sie gehen über Klassen und Kastenschranken hinweg. Das ist der Grund, aus dem ich meine Frauen die Zügel halten lasse. Aiderho musste zugeben, dass die betenden Frauen die Zügel wirklich in der Hand hielten. Und welchen Teil dieser Macht würde er in meine Hände legen? Die Verlockung war ungeheuer. Aiderho stellte fest, dass sie ihn zum Zittern brachte. Mit abschreckender Abruptheit wurde ihm klar, dass dies Letos Absicht sein musste. Er will mich verführen. Die Frauen beendeten ihr stummes Gebet auf dem Hallenboden und richteten dann den Blick auf Leto. Aiderho war der Meinung, eine solche Verzückung noch auf keinem menschlichen Antlitz gesehen zu haben. Weder in der Ekstase des Geschlechtsaktes noch nach einer siegreich gewonnenen Schlacht. Noch nie zuvor hatte er eine dermaßen intensive Verehrung gespürt. Heute steht Duncan Aiderho neben mir, sagte Leto. Er ist hier, um seine Loyalität zu erklären, damit alle sie hören können. Duncan? Aiderho fühlte sich von einem Kälteschock durchdrungen. Leto stellte ihn vor eine ganz einfache Wahl. Erkläre dem Gottkaiser, dass du ihm loyal gegenüber stehst oder stirb. Wenn ich jetzt ein Hohngelächter ausstoße, mich unschlüssig stelle oder irgendeinen x-beliebigen Einwand vorbringe, werden die Frauen mich eigenhändig töten. Tiefer Zorn keimte in ihm auf. Er schluckte, räusperte sich und sagte dann, Niemand soll meine Loyalität in Frage stellen. Ich bin den Atreides treu gesinnt. Er hörte, wie seine Stimme durch den Raum schlussianische Instrumente verstärkten sie. Das Resultat überraschte ihn. Wir sind eins, kreischten die Frauen. Wir sind eins. Wir sind eins, sagte Leto. Junge noch in der Ausbildung befindliche Fischredner, kenntlich gemacht durch ihre kurzen grünen Roben, schwärmten von allen Seiten in die Halle herein. Kleine, sich bewegende Punkte, die sich einen Weg durch das Muster der ehrfürchtig blickenden Gesichter bahnten. Jede der Anwärterin trug ein Tablett, auf dem sich Berge winzig kleiner brauner Oblaten türmten. Während die Tabletts durch die Reihen getragen wurden, streckten sich verlangend zugreifende Hände aus, und Arme waren in ständig tanzender Bewegung. Jede der Frauen nahm eine Oblate und hielt sie hoch. Als eine von ihnen an die Erhebung kam und Eiderho ihre Last in meiner Hand. Eiderho kniete nieder und Tatwie geheißen. Die Oblaten fühlten sich trocken und zerbrechlich an. Er stand wieder auf und gab eine Anleto weiter. Mit Donnerstimme fragte der Gottkaiser Ist die neue Garde bereit? Ja, Herr, schrien die Frauen. Und ihr glaubt an mich? Ja, Herr, ihr geht auf dem goldenen Pfad? Ja, Herr. Die Schreie, die die Frauen ausschließend sandten Schockwellen durch Eiderho's Körper, die ihn beinahe lähmten. Sind wir eins? fragte Leto. Ja, Herr. Nachdem die Frauen geantwortet hatten, schob Leto sich die Oblate in den Mund. Die unterhalb der Erhebung stehenden Mütter bissen ein Stück von der ihren ab und reichten den Rest an die Kinder weiter. Die große Menge der Fischredner, die hinter den weiß gekleideten stand, ließ die Arme sinken und folgte Letos Beispiel. Danken ist deine Oblate, sagte Leto. Eiderho schob sich das Ding in den Mund. Sein Golakörper war zwar nicht auf das Gewürz abgestimmt, aber seine Sinne erinnerten sich. Die Oblate schmeckte zart bitter und erinnerte ihn irgendwie an Melange. Ihr Geschmack spülte alte Erinnerungen in ihm Siege, Bankette in der Residenz der Atreides. Das würzige Aroma hatte sich in den alten Zeiten in jeder Nahrung befunden. Als Eiderho die Oblate hinunterschluckte, wurde ihm zunehmend bewusst, wie still es in der Halle geworden war. Die Anwesenden hielten den Atem an, und das einzige, was er hören konnte, war ein lautes Klicken, das Letos Gefährt erzeugte. Eiderho wandte sich um und suchte nach der Quelle des Geräusches. Leto hatte ein Fach im Innern des Wagenbettes geöffnet und brachte nun einen Kristallbehälter zum Vorschein, der blau-grau aus sich selbst heraus leuchtete. Er legte den Behälter neben sich auf den Wagen, öffnete dessen leuchtenden Deckel und entnahm ihm ein Christmesser. Eiderho erkannte die Klinge augenblicklich. In den Griff war ein Falke eingraviert. Das Heft war mit grünen Juwelen verziert. Paul Moore Diebs Christmesser. Angesicht dieser Klinge fühlte Eiderho sich zutiefst bewegt. Er starrte durch das Messer hindurch, als seien seine Augen dazu in der Lage, den ursprünglichen Besitzer dieser Waffe körperlich werden zu lassen. Leto hob das Messer hoch und hielt es in die Luft. Der Talisman unseres Lebens, sagte er. Die Frauen blieben still, verzückt und hingerissen. Das Messer Muaddiebs, sagte Leto. Shai Huluts Zahn. Wird Shai Hulut wiederkehren? Die Antwort, die er erhielt, bestand aus einem unterdrückten Murmeln, das vor dem Hintergrund des vorhergehenden Geschreis nur noch umso eindrucksvoller war. Ja, Herr, Eiderho wandte seine Aufmerksamkeit wieder den verzückten Gesichtern der Fischredner zu. Wer ist Shai Hulut? fragte Leto. Und wieder das eindrucksvolle Gemurmel. Ihr Herr. Eiderho nickte verhalten. Hier hatte er den unbestreitbaren Beweis, dass Leto über ein ungeheures Machtreservoir gebot, ohne es je ausgespielt zu haben. Er hatte einst gesagt, Worte seien im Vergleich zu den Dingen, die man in dieser Halle sehen und fühlen könne, nur bedeutungsloser Lärm. Allerdings erinnerte Eiderho sich an diesen Ausspruch in einer Weise, als hätten sie nur darauf gewartet, ihm in einem Moment wie diesem ihre Bedeutung klar zu machen. ihm fiel ein, dass Leto und er sich in der Krypta aufgehalten hatten, an jenem unangenehmen, feucht, kühlen und schattigen Ort, den Leto zu mögen schienen, ihn selbst aber nur abstieß, was am Staub der Jahrhunderte und den Gerüchen uralten Zerfalls lag. Ich habe diese menschliche Gesellschaft geformt und über dreitausend Jahre damit verbracht, damit die gesamte Spezies endlich erwachsen wird, hatte Leto gesagt. Nichts von dem, was du sagst, erklärt eine weibliche Armee, hatte Eiderho protestiert. Vergewaltigungen sind Frauen fremd, Danken. Wenn du nach einer Verhaltensweise fragst, die im Geschlecht begründet liegt, da hast du einer. Lenk nicht vom Thema ab. Ich lenke nicht vom Thema ab. Männerarmeen hat man bei Eroberungsfeldzügen stets damit ausgezahlt, indem man ihnen Vergewaltigungen gestattete. Männer brauchten, wenn sie mit Vergewaltigungen beschäftigt waren, ihren pubertären Fantasien nicht zu entsagen. Eiderho erinnerte sich daran, dass ihn diese Bemerkung beinahe zur Weißglut getrieben hatte. Meine Huuris zähmen die Männer, sagte Leto. Sie domestizieren sie. Damit kennen sich die Frauen notwendiger weise seit Äonen aus. Eiderho starrte wortlos auf Letos Falten umsäumtes Gesicht. Zähmen, sagte Leto, damit sie in ein Ordnungsmuster passen, das ein Überleben garantiert. Die Frauen haben es von den Männern gelernt. Jetzt lernen die Männer es von den Frauen. Aber du hast gesagt, meine Huuris unterwerfen sich anfänglich oftmals einer Form der Vergewaltigung, um diese Erfahrung in eine tiefe und bindende wechselseitige Abhängigkeit einzubringen. Verdammt, du bist eine Bindende, Duncan, eine Bindende. Ich fühle mich nicht gebunden an. Bindung kommt nicht von heute auf morgen. Du bist die uralte Norm, anhand derer man die neue messen kann. Letos Worte hatten sämtliche Emotionen Eiderhoes hinweggespült, außer dem tiefen Gefühl verloren zu haben. Meine Huuris vermitteln Reife, sagte Leto. Sie wissen, dass sie das Heranwachsen der Männer im Auge behalten müssen, denn dadurch gelangen sie auch zu ihrer eigenen. Am Ende verschmelzen sie zu Gattinnen und Müttern und wir entwöhnen sie von ihren pubertären Bindungen. Das muss ich erst sehen, bevor ich es glaube. Du wirst es sehen, beim großen Eins sein. Und als er neben Leto in der Sjainok Halle stand, musste Eiderho sich eingestehen, etwas gesehen zu haben, in dem enorme Kraft steckte. Etwas, das möglicherweise wirklich dazu in der Lage war, das menschliche Universum zu erschaffen, das Letos Worte voraussagten. Leto verstaute das Christmesser wieder in dem Behältnis und legte es in das Fach seines kaiserlichen Wagens zurück. Die Frauen sahen ihm schweigend zu, sogar die kleinen Kinder waren still. Jeder Mann unterwarf sich der Kraft, die im Innern der großen Halle deutlich fühlbar war. Eiderho schaute auf die Kinder. Er wusste aufgrund einiger Erklärungen, die Leto ihm gegeben hatte, dass sie einstmals große Machtpositionen einnehmen würden. Ob sie nun männlichen oder weiblichen Geschlechts waren, jedes kam an einen vorgesehenen Platz. Die männlichen Kinder würden ihr Leben lang von Frauen dominiert sein und Letos Worten zufolge einen leichten Übergang von der Pubertät zu Geschlechtsreife erleben. Die Fischredner und ihre Nachkommenschaft lebten ein Leben, das ein gewisses Maß an Aufregung mit sich brachte, das den meisten anderen nicht zugänglich war. Was wird aus Irrtes Kindern werden? fragte sich Eiderho. Hat mein Vorgänger auch hier gestanden und zugesehen, wie seine Frau in weiß gekleidet in Letos Ritual aufging? Was bietet Leto mir hier an? Ein ehrgeiziger Kommandant, der an der Spitze einer solchen Armee stand, konnte Letos Imperium mit Leichtigkeit aus den Angeln heben. Oder etwa nicht? Nein, nicht so lange Leto lebte. Leto hatte gesagt, Frauen seien vom Charakter her nicht militärisch aggressiv. Er sagte, ich erziehe sie nicht in diesem Sinne. Sie kennen ein zyklisches Muster mit einem alle zehn Jahre stattfindenden kaiserlichen Fest. Einen Wach Wechsel, eine Segnung der neuen Generation, einen stillen Gedanken an die gefallenen Schwestern und jene Lieben, die lange nicht mehr sind. Sjainok nach Sjainok ist so voraussagbar. Der Wechsel wird zu einem Nicht-Wechsel. Idaho wandte den Blick von den weißgekleideten Frauen und ihren Kindern ab. Er musterte nun die Masse der schweigenden Gesichter und sagte sich, dass dies nur ein Bruchteil jener gewaltigen weiblichen Streitmacht war, die ihr feminines Netz quer durch das Imperium gespannt hatte. Er konnte Letos Worten glauben. Die Macht schwächt einen nicht. Sie wird mit jedem Jahrzehnt stärker. Bis zu welchem Ende? fragte sich Eiderho. Er sah Leto an, der gerade die Hände hob, um seine in der Halle versammelten Huuris zu segnen. Wir werden nun zu euch kommen, sagte er. Die unterhalb der Erhebung stehenden Frauen öffneten eine Gasse und traten zurück. größer und reichte immer tiefer in die Menge hinein wie eine Kluft, die sich während eines Erdbebens im Boden auftat. Duncan, du wirst vor mir hergehen, sagte Leto. Eiderho schluckte. Seine Kehle war trocken. Er legte eine Handfläche auf den Rand der Erhebung und sprang in den nun freien Raum hinunter. Und dann ging er in die Kluft hinein, weil er wusste, dass nur dies seine Prüfung beenden konnte. Ein schneller Blick nach hinten zeigte ihm, Letos Wagen majestätisch auf seinen Suspensoren herabschwebte. Eiderho wandte sich um und beschleunigte seinen Schritt. Die Frauen verengten den Pfad, der durch ihre Reihen führte. Alles geschah in absoluter Lautlosigkeit und Konzentration. Zuerst umringten sie Eiderho und dann den sich im Vorstadium zu einem wurm befindlichen Körper, der auf einem exianischen Wagen hinter ihm herfuhr. Und während Eiderho in stoischer Ergebenheit weiterging, streckten die Frauen von allen Seiten die Arme aus, um ihn, Leto oder den kaiserlichen Wagen zu berühren. Ihre Berührungen haftete eine unterschwellige Leidenschaft an und zum ersten Mal in seinem Leben, spürte Eiderho eine tiefe Furcht. Das Problem der Führerschaft ist unvermeidlich. Wer will die Rolle Gottes spielen? Moadib aus den mündlichen Überlieferungen. Winoday folgte einer jungen Fischredner Führerin eine breite Rampe hinunter, die sich in Form einer Spirale in die tiefen Ons schraubte. Am dritten Tag des Festes hatte Lord Leto sie zu sich rufen lassen und damit eine Entwicklung unterbrochen, die ihrer Fähigkeit, ein emotionelles Gleichgewicht zu bewahren, einiges abverlangte. Ort wie Jäck, ihre rechte Hand, war nicht gerade eine erfreuliche Gestalt. Er war vielmehr ein mit sandfarbenem Haar und einem langen Gesicht, dessen Augen nie lange an einem bestimmten Ort verweilten und niemals denjenigen anblickten, mit dem er gerade redete, ausgestattetes Geschöpf. Jäck hatte ihr ein einzelnes Blatt aus Memerase Papier gereicht, auf dem das stand, was er als eine Zusammenfassung der kürzlich in der Stadt erfolgten Krawalle bezeichnete. Er hatte in der Nähe des Tisches, an dem sie saß, gestanden, irgendetwas zu ihrer Linken gemustert und gesagt, die Fischredner schlachten alle in der Stadt befindlichen Gestaltwandler ab. Besonders schien ihn dies jedoch nicht mitzunehmen. Warum? fragte sie. Es heißt, die Benetleilacks hätten einen Anschlag auf das Leben des Gottkaisers versucht. Angst durchzuckte sie. Wie setzte sich zurück und ließ den Blick durch das Botschaftsbüro schweifen. Es war ein rundes Zimmer mit einem einzigen halbkreisförmigen Tisch, der die Kontrollen allerlei ixianischer Gerätschaften enthielt, ohne dass seine glattpolierte Oberfläche darauf Rückschlüsse zuließ. Der Raum war ein finsterer und wichtig erscheinender Ort, mit braunverkleideten Holzwänden, hinter denen sich Gerätschaften verbargen, die ihn vor Spitzeln abschirmten. Er hatte keine Fenster. Indem sie versuchte, ihre Verärgerung zu verbergen, sah wie zu Jake auf. Und Lord Leto ist, der Anschlag auf sein Leben ist offenbar absolut ins Leere gegangen, aber möglicherweise erklärt das die Auspeitschung. Sie glauben also wirklich, dass man es versucht hat? Ja. In diesem Augenblick war der weibliche Kurier Lord Letos eingetreten, kaum, dass man sein Erscheinen vom Vorzimmer her angekündigt hatte. Der Frau folgte eine Greisin, die zu den Bene Gesserit gehörte und ihr als die ehrwürdige Mutter Antjak vorgestellt wurde. Während die junge Frau, sie hatte ebenmäßige, beinahe noch kindliche Züge, wie ihre Botschaft überbrachte, musterte Antjak Jägg mit einem durchdringenden Blick. Lord Leto hat mir aufgetragen, sie daran zu erinnern, dass er gesagt hat, kehre schnell zurück, wenn ich nach dir rufe. Nun ruft er sie zurück. Während die junge Frau sprach, wurde Jägg nervös. Sein Blick schweifte von einer Stelle zur anderen, als suche er in diesem Raum etwas, das es gar nicht gab. Wie erlaubte sich lediglich eine dunkelblaue Robe über ihr Gewand zu ziehen, dann wies sie Jägg an, bis zu ihrer Rückkehr im Büro zu bleiben. Außerhalb der Botschaft, im rötlichen Abendlicht, auf einer Straße, die seltsamerweise menschenleer war, schaute Antjak die Gardistin an und sagte einfach, ja. Dann verließ sie die beiden. Und Wie wurde durch leere Straßen zu einem großen fensterlosen Gebäude gebracht und ging durch einen spiralförmig verlaufenden Gang in die Tiefe hinab. Die engen Kurven, durch die sie sich bewegen musste, machten wie schwindelig. Kleine Leuchtgloben, die hell funkelten, trieben in der Mitte des Gangs und beschienen eine rötlich-grüne Rebe mit plumpen Blättern. Die Rebe war an leuchtend goldenen Kabeln befestigt. Die glatte und schwarze Bodenoberfläche verschluckte den Laut ihrer Schritte, sodass Vieh wahrnehmen konnte, wie ihre Bewegungen den Stoff ihrer Kleidung rascheln ließen. Wohin bringen sie mich? fragte sie. Zu Lord Leto. Das ist mir klar, aber wo ist er? In seinem Privatgemach? Es ist schrecklich tief unten. Ja, der Herr hält sich oftmals in der Tiefe auf. Die Kurven machen mich ganz schwindelig. Es hilft, wenn man nicht auf die Rebe sieht. Was ist das für eine Pflanze? Man nennt sie Tunyon Rebe und sie soll absolut geruchlos sein. Davon habe ich nie gehört. Woher stammt sie? Das weiß nur Lord Leto. Schweigend ging sie weiter. Vieh versuchte, mit ihren eigenen Gefühlen klar zu kommen. Der Gottkaiser erfüllte sie mit in der er einst gewesen war. Warum hatte ein Mann wie er sich dazu entschlossen, seinem Leben eine solche Wendung zu geben? Ob das jemand wusste? Vielleicht Moneo? Vielleicht wusste es Duncan Idaho? Ihre Gedanken konzentrierten sich auf ihn. Er war ein körperlich sehr anziehender Mensch. So stark. Sie spürte, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlte. Wenn Leto doch nur den Körper und die Erscheinung Eiderhos gehabt hätte. Dann wurde ihr klar, dass sie mit Eiderho nicht über Letos Veränderung sprechen konnte. Moneo allerdings, das war eine andere Sache. Sie musterte den Rücken ihrer Begleiterin. Können Sie mir etwas über Moneo erzählen? fragte sie. Die Gardistin sah kurz über die Schulter zurück. Ihre blassblauen Augen zeigten einen unerklärlichen Ausdruck. Es war Verehrung oder irgendeine seltsame Form der Ehrfurcht. Stimmt etwas nicht? fragte wie. Die Gardistin konzentrierte ihre Aufmerksamkeit wieder auf die nach unten führende Wegspirale. Der Herr hat gesagt, dass sie nach Moneo fragen würden, sagte sie. Dann erzählen sie mir was über ihn. Was soll ich dazu sagen? Er ist der engste Vertraute des Herrn. als Duncan Idaho? Oh ja, Moneo ist ein Atreides. Moneo war gestern bei mir, sagte wie. Er sagte, ich sollte etwas über den Gottkaiser wissen. Moneo sagte, der Gottkaiser sei dazu in der Lage, alles zu bewerkstelligen. Alles, was es gibt, wenn man es für lehrreich hält. Das glauben viele, sagte die Gardistin. Sie glauben es nicht? Wie stellte diese Frage im gleichen Augenblick, indem die Rampe eine letzte Windung machte und in einen kleinen Vorraum mündete. Wenige Schritte von ihnen entfernt befand sich ein bogenförmiger Eingang. »Lord Lord Leto wird sie sofort empfangen«, sagte die Gardistin. Dann kehrte sie, ohne ein Wort über das, was sie selbst glaubte zu sagen, auf die Rampe zurück. Weh ging durch den Torbogen und fand sich in einem Raum wieder, dessen Decke niedrig war. Er war viel kleiner als die Audienzkammer. Die Luft hier war klar und trocken. Blass gelbes Licht fiel aus einer verborgenen Quelle auf sie herab. Wies Augen gewöhnten sich an das veränderte Licht und sie bemerkte Teppiche und weiche Kissen, die um einen niedrigen Hügel aus. Als sich der Hügel bewegte, legte sie eine Hand vor den Mund, denn es war Lord Leto auf seinem Wagen, der jetzt in einer Vertiefung stand. Auf der Stelle wurde ihr klar, aus welchem Grund dieser Raum so beschaffen war. Er sorgte dafür, dass Leto seinen menschlichen Gästen weniger imposant erschien und sie nicht direkt aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit ängstigte. Was seine Länge anbetraf, so konnte man dagegen allerdings nicht mehr tun, als ihn in den Schatten zu verbergen und den größten Teil des Lichtes auf sein Gesicht und seine Hände zu konzentrieren. Tritt ein und nimm Eindruck. V ging auf ein rotes Kissen zu, das nur wenige Meter von Letos Gesicht entfernt war und setzte sich hin. Leto verfolgte ihre Bewegung mit offensichtlicher Freude. V war mit einem dunkelgoldenen Gewand bekleidet und hatte das Haar mithilfe von Spangen zurückgesteckt, was ihrem Antlitz einen frischen und unschuldigen Ausdruck verlieh. Ich habe eure Botschaft nach X weitergegeben, sagte sie und habe darauf hingewiesen, dass ihr zu wissen wünscht, wie alt ich bin. Vielleicht wird man darauf antworten, sagte Leto. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass die Antwort dann der Wahrheit entspricht. Ich möchte unter allen Umständen erfahren, wann ich geboren wurde, sagte V aber ich verstehe nicht, warum das euch interessiert. Mich interessiert alles, was dich betrifft. Es wird ihnen ausgesprochen, mich zum ständigen Vertreter X gemacht habt. Deine Herren stellen eine kuriose Mischung aus Förmlichkeit und Lachsheit dar, sagte Leto. Ich kann Narren nicht besonders gut ertragen. Haltet ihr mich für eine Narren, Herr? Margie war kein Narr. Ebenso wenig bist du eine Narren, meine Liebe. Ich habe seit Jahren nichts mehr von meinem Onkel gehört. Manchmal frage ich mich, ob er überhaupt noch lebt. Vielleicht werden wir auch das bald erfahren. Hat Margie jemals mit dir darüber gesprochen, dass ich Takiya praktiziere? Sie dachte einen Moment lang darüber nach und sagte dann, wurde es bei den alten Fremen nicht Kittmann genannt? Ja. Es geht darum, seine Identität zu verschleiern, wenn es einem schaden könnte, sie zu offenbaren. Jetzt erinnere ich mich. Er hat mir erzählt, dass ihr geschichtliche Aufzeichnungen unter Pseudonym veröffentlicht habt. Einige davon sind sehr bekannt geworden. Das war der Grund, aus dem ich das Takiya ins Gespräch brachte. Und warum brachte dir es ins Gespräch, Herr? Um andere Themen zu vermeiden. Wusstest du, dass ich die Bücher geschrieben habe, die man Noah Arkwright zuschreibt? Wie konnte ein Lachen nicht unterdrücken? Wie lustig, Herr! Und von mir verlangte man, etwas über sein Leben zu lesen. Seine Memoiren habe ich auch geschrieben. Welche Geheimnisse hat man dich beauftragt, mir zu entreißen? Der plötzliche Themenwechsel verwirrtet wir ihn nicht im Geringsten. Man ist neugierig in Bezug auf die Wirksamkeit eurer Religion, Herr. Das bewegt sie jetzt? Man möchte wissen, wie ihr den Bene Gesserit die religiöse Kontrolle genommen habt. Hm. Man braucht wohl nicht daran zu zweifeln, dass sie meine Taktik wiederholen wollen. Ich bin sicher, das haben sie vor, Herr. Wie? Als Repräsentant der Ixianer bist du eine Niete. Ich bin eure Dienerin, Herr. Und du bist überhaupt nicht neugierig? Ich fürchte, meine Neugier würde euch verwirren, Herr, erwiderte sie. Leto starrte sie einen Moment lang an. Dann sagte er, ich verstehe. Ja, du hast recht. Wir sollten es im Augenblick vermeiden, allzu vertrauliche Gespräche miteinander zu führen. Dann, möchtest du, dass ich etwas über die Schwestern erzähle? Ja, das wäre gut. Wisst ihr, dass ich heute eine Delegierte der Bene Gesserit getroffen habe? Das kann nur Antjag gewesen sein. Sie erschienen mir furchteinflößend, sagte V. Du brauchst dich nicht vor Antjag zu fürchten. Sie kam auf meine Anweisung hin zur Botschaft. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass sich Gestaltwandler in eure Reihen eingeschlichen haben? V. stammte nach Luft. Sie verharrte. Eiseskälte erfüllte ihr Innerstes. Ottvie Jäk, flüsterte sie. Du hast es schon vermutet? Es ist nur, weil ich ihn nicht leiden kann und man mir erzählt hat … Sie zuckte mit den Schultern. Und dann, als die Erkenntnis sie überkam, sagte sie … Was ist mit ihm passiert? Mit dem Original? Er ist tot. Unter solchen Umständen ist es die übliche Vorgehensweise der Gestaltwandler. Meine Fischredner hatten den ausdrücklichen Befehl, keinen der Gestaltwandler in eurer Botschaft am Leben zu lassen. Vieh schwieg. Tränen liefen ihr über die Wangen. Das erklärt die leeren Straßen. Und Antjags rätselhaftes Ja. Es erklärt vieles. Ich werde dafür sorgen, dass die Fischredner dich unterstützen, bis du dich anderweitig behelfen kannst, sagte Leto. Meine Garde wird dich mit aller Kraft beschützen. Vieh schüttelte ihre Tränen ab. Die Inquisitoren von X würden auf die Attacke der Tlalaxu mit äußerster Schärfe reagieren. Ob man auf X einem solchen Bericht überhaupt glauben würde? Die gesamte Botschaft war von Gestaltwandlern übernommen worden. Es war nur schwer zu glauben. Alle? Fragte sie. Die Gestaltwandler hatten keinen Grund, irgendeinen eurer Leute am Leben zu lassen. Du wärst als Nächster an die Reihe gekommen. Vieh schüttelte sich. Sie haben nur deswegen gewartet, fuhr Leto fort, weil sie wussten, dass sie dich mit ganz besonderer Sorgfalt kopieren müssen, damit sie auch meine Sinn enttäuschen können. Sie sind sich meiner Fähigkeiten nicht hundertprozentig sicher. Dann hatte Antjag die Fähigkeit, Gestaltwandler aufspüren zu können, ist sowohl mir als auch den Schwestern zu eigen. Und Antjag? Nun, wenn sie etwas macht, macht sie es gut. Niemand traut den Tlalaxu, sagte Vieh. Warum hat man sie nicht schon früher ausgerottet? Spezialisten sind nützlich, auch wenn sie Grenzen unterworfen sind. Du überraschst mich, Vieh. Ich hätte nicht gedacht, dass du so naiv sein könntest. Die Tlalaxu, sie sind zu grausam, um Menschen zu sein. Sie sind Unmenschen. Ich versichere dir, Menschen können ebenso grausam sein. Ich selbst bin zu bestimmten Anlässen selbst grausam gewesen. Ich weiß, Herr. Aufgrund von Provokationen, sagte Leto. Aber die einzigen, deren vollständige Ausrottung ich je in Erwägung gezogen habe, waren die Bene Gesserit. Der Schock war zu groß, als dass sie etwas hätte sagen können. Sie sind dem, was sie sein sollten, so nah und doch so fern, sagte Leto. Wie fand ihre Stimme wieder? Aber die mündlichen Überlieferungen sagen, die Religion der ehrwürdigen Mütter, ja. Einstmals haben sie sogar für bestimmte Gesellschaftsformen spezielle Religionen konstruiert. Sie bezeichneten es als theologisches Ingenieurswesen. Wie findest du das? Gefühllos. Das war's auch. Die Resultate waren dementsprechend. Selbst nach all den großen Bemühungen des Ökumenismus gab es noch zahllose Götter, kleinere Gottheiten und möchtegern Propheten im Imperium. Ihr habt es geändert, Herr? Ein wenig. Aber Götter sterben nur schwer, wie. Der von mir begründete Monotheismus dominiert zwar, aber das originale Pantheon besteht noch. Es hat sich in den verschiedensten Verkleidungen in den Untergrund begeben. Herr, in euren Worten glaube ich ein... Sie schüttelte den Kopf. Bin ich ebenso kalt und berechnend wie die Schwesternschaft? Sie nickte. Es waren die Fremen, die meinen Vater, den großen Muadib, vergötterten. Obwohl es ihn nie sonderlich danach verlangte, ein großer Mann genannt zu werden. Aber hatten die Fremen recht? Ob sie recht hatten? Meine liebste Vieh, sie waren empfänglich für die Ausübung von Macht und ziemlich begierig, ihren Einfluss zu erhalten. Ich... ich finde dies ziemlich verwirrend, Herr. Das kann ich mir vorstellen. Dir gefällt der Gedanke nicht, dass es so einfach sein könnte, zu einem Gott gemacht zu werden. Es hört sich so an, als hätte jeder die Chance. Es hört sich übertrieben einfach an, Herr. Wie's Stimme klang, zurückhaltend und prüfend. Ich versichere dir, jeder könnte nicht so werden. Aber damit sagt ihr, dass euer göttlicher Status einer Erbschaft gleichkommt, die... Äußere diesen Gedanken nie in Gegenwart meiner Fischredner, sagte Leto. Auf eine solche Ketzerei reagieren sie gewalttätig. Vieh versuchte zu schlucken, aber ihre Kehle war wie ausgedörrt. Ich sage das nur, um dich zu beschützen, sagte Leto. Ihre Stimme war nur ein Hauch. Danke, Herr. Ich wurde zur Gottheit, als ich meinen Fremen sagte, dass ich den Stämmen das Wasser der Toten nicht mehr geben könne. Du bist über das Totenwasser informiert? Ja. Als Arrakis noch ein Wüstenplanet war, wurde den Toten die Körperflüssigkeit entnommen, sagte Vieh. Ah, du hast Noah Arkwright gelesen. Vieh brachte ein kleines Lächeln zustande. Ich sagte meinen Fremen, das Wasser würde einer höheren Gottheit geweiht, die namenlos sei. Ich erlaubte ihnen jedoch großzügig, dieses Wasser weiterhin zu kontrollieren. Wasser muss in dieser Zeit sehr kostbar gewesen sein. Sehr. Und ich als Stellvertreter dieser namenlosen Gottheit behielt für fast 300 Jahre eine lose Kontrolle über diese kostbare Flüssigkeit. Vieh nagte an ihrer Unterlippe. Höre ich mich immer noch berechnend an? Fragte Leto. Sie nickte. Das war ich auch. Als die Zeit kam, um das Wasser meiner Schwester zu weinen, praktizierte ich ein Wunder. Die Stimmen sämtlicher Atreides sprachen aus Ghanis-Urme. Und damit erkannten meine Fremen, dass ich diese höhere Gottheit war. Mit ängstlicher Stimme, der man ihre Unsicherheit deutlich anmerkte, sagte weh, Herr, wollt ihr damit sagen, dass ihr gar kein wirklicher Gott seid? Ich sage dir, dass ich mit dem Tod nicht verstecken spiele. Sie starrte ihn mehrere Minuten lang an. Dann reagierte sie auf eine Weise, die ihm zeigte, dass sie ihn sehr wohl verstanden hatte. Es war eine Reaktion, die die Zuneigung, die sie für ihn empfand, nur noch intensivierte. Euer Tod wird nicht wie andere Tode sein, sagte sie. Geliebte, weh, murmelte Leto. Ich frage mich, ob ihr nicht das Urteil einer wirklich höheren Gottheit fürchten müsst, sagte sie. Verurteilst du mich wie ihm? Nein, aber ich habe Angst um euch. Denk an den Preis, den ich bezahle, sagte Leto. Jeder Teil meiner Nachkommenschaft wird ein Stück meines Bewusstseins in sich haben, ohne es zu wissen oder damit etwas anfangen zu können. Wie presste die Hände vor den Mund und starrte ihn an. Dies ist der Schrecken, den mein Vater nicht ins Gesicht sehen konnte und deswegen abzuwehren versuchte. Die ununterbrochene Teilung und Spaltung einer blinden Identität. Wie senkte die Hände und flüsterte. Werdet ihr dann noch ein Bewusstsein haben? In gewisser Weise. Aber ich werde stumm sein. Ein winzig kleiner Teil meines Bewusstseins wird sich in jedem Sandwurm und jeder Sandforelle befinden. Sie werden es wissen und doch nicht fähig sein, auch nur eine einzige Zelle zu bewegen. Sie werden sich meiner Gegenwart bewusst sein, wie in einem endlosen Traum. Vieh schüttelte sich. war die in den ganzenodka und die in den ganzen Tagen ein. Die anderen schüttelte sich. заяв w defense, die in der ganzenlagen wird sich in jedem Sandwurm. Die humpbe," die sich in den ganzen Tagen ein. Wie ist das? Ich bin so. Untertitelung des ZDF, 2020